So weiter geht's mit Final Fantasy 9 Wie gesagt, ich habe jetzt in meinem Kanal geschrieben, dass ich immer abwechselnd Star Ocean spiele und halt Final Fantasy 9 Weil das sind beides gute Spiele und ich kann mich nicht entscheiden, was ich nun also richtig spielen soll also was ich zuerst durchspielen soll, deswegen mache ich alle weiter Also wenn man von dem einen Spiel mal weniger kommt oder mal gar nichts kommt für eine Weile, dann ist es weil ich halt das andere Weiterspiel in dem Moment Oh ja Oder ich sehe schon eine Kiste, hinter blank Warum schaust du so ernst, was ist mit dir los? Ich nehme diesen Ritter und den Schwarzmagier, um die Prinzessin zu retten Warum musst du immer den Helden spielen, das wird dich töten Ach, Quatsch Uns doch nicht Niemals Gib mir die Kiste Wrist So ne, habe ich doch schon, oder? Wrist? Ja, habe ich schon Jetzt lege ich es an Vivi an, weil er eh weniger Verteidigung hat Ne, oder doch, der hat weniger Verteidigung Was geht ab Was geht ab Was geht ab Was geht ab So War das jetzt hier? Ne, war gar nicht hier Was willst du? Was ist das denn so? Das ist die Kiste, oh Oh, verdammt Was ist hier drin? ich hätte jetzt den Boss gewusst ich soll sie überfreien weil sie schon alleine so hübsch ist auch wenn es gegen die Regeln ist noch mal ein Treffen oder was kann er die Türen mal normal aufmachen Potion sehr nice was ist Cargo Room hier oder was warte mal gibt es noch etwas in der Kiste oder so Rapper Helm Hä? Hä was ist das? oh cool ok ich bin bereit ich bin bereit Hä? was ist das für ein Geck? ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit so ein Geyser ich bin bereit ich bin bereit mir liegt ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit gar nicht gott da ist nur menschen einmal heilen ich klinge auch wie kranker sein so ein bisschen du bist da schon sich auf das ist auch über xp aber aus Schloch. Lol. Okay, los geht's. Kongossierung. Okay, er hat den Raum aufgeschlossen, dass ich zum Ritter kann. Zu Steiner. Da. Du bist halt mit Erdbeerbüse zu spielen. Lohle. Hättet ihr Schocken sie nicht gekippt? Da, ich will die Kiste. Da, ich will die Kiste. Rasti. Adelbert Steiner. Ja, okay. Ja, 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 komm. Rasti. Rasti. Ja. Master Vivi. Ja, aber die brauchen wir auf jeden Fall noch. Nein, ich will die Kiste. Da muss ich nochmal reingehen. Ich will die Kiste. Toll. Eter. Eter. Wo ist denn da Vivi jetzt überhaupt? Nur ne Kiste. Eter. Wo worden Vivi? Wo ist Vivi? Wo ist Vivi? Was ist denn hier irgendwo? Oder Vivi? Was ist denn da los? Kann ja nicht sein. Hier ist nix, da ist nix, überall nix. Hä? Ich bin halt einfach raus, mir egal. Ne, 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 ich weiß wo. Einmal hoch. Einmal runter. Da, 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 da. Haha. Loll. Warum ist die Scheiß-Dolle so toll erhöht? Licht voll rein, joh. Los, Vivi. Los, Vivi! Von. ...Mas, da, Vivi! er mit 6 wird Stemmel stimmt das seine Magie auf auf Schäber aus Bestellung Schatten beträgt man es mit dem Zentrumsattakten oder so schätzt kann ich mal hier mit Vorstellung Jürgen alles wir haben alles wieder von der Führung und ist eifersüchtig sieben Haus noch mal die Karte vom Boss abwächtigt ja, ich weiß, wie man Appenities einsetzt Junge, Junge, Junge Sina, was geht ab? ey, cool so noch so passt schon einmal speichern, bitte Slot 1 so ok, nächsten Part besiegen wir den Boss ja ja